Tach Leute und herzlich willkommen wieder zurück von der Front. Von der Front, nicht ganz. Wir sind nämlich noch immer im Hauptquartier und wir haben die nächste Mission angewählt. Die letzte war nämlich extrem geil. Oh ja. Kane denkt, dass Taylor hinter dem Angriff auf die Geheimstation steckt. Das kann schon sein. Müsste sein DNI ihr nicht seinen genauen Standort verraten? Kane sagt, sie sind abgetaucht. Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, unser Verbindungsoffizier verheimlicht uns was. Da hast du wahrscheinlich genau das richtige Gefühl. Wir gucken aber erstmal hier rein, ob wir hier geile Waffen noch kriegen. Denn die Faro. Automatisch Vierschuss salven. Nee, die war nicht vollautomatisch. Die Kuda, haben wir die sogar irgendwo schon drin? Nee, das ist sie nicht. Auf jeden Fall die Kuda, warum nicht? Die ist doch der Hammer. Die nehmen wir natürlich mit einem Rotpunkt oder mit so einem Lichtvisier. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ist wahrscheinlich das Lichtvisier besser, weil Rotpunkt mir zu viel Sicht wegnimmt. Nehmen wir mal das. Dann natürlich das schnelle Ziehen sowieso. Das braucht man. Die Pistole, ja, shit happens. Da mache ich sogar das hier noch weg. Ansonsten Reichweite weniger. Ja, hier sowas auf jeden Fall. Einen kleinen Schaft noch dran. Und das war's. Hier kann ich sogar noch was machen, oder was? Das hat gar keinen direkten Einfluss auf meine Punkte. Ja, dann mache ich es natürlich dran, ne? Dann mache ich es dran! So, wir gucken nach den Wildcards. Wir nehmen auf jeden Fall eine Primärgranate und hier oben den Aufsatz noch. Ähm, Präzision. Bringt gar nichts weiter, oder was? Lasermarkier. Immer. Immer her mal mit. Und noch eine Granate. So. Und, ähm... Wir gucken noch mal ganz kurz, was können wir hier auswählen. Ich denke, sie meint es ehrlich. Energieschub für alle Motorsysteme. Hm, Chaos. Chaos ist eigentlich immer das Geilste, oder? Chaos hört sich verdammt gut an. Kernfeuer verursacht in der Energiestörung eines Roboters. Das ist doch nicht schlecht. Das hatten wir schon mal ausprobiert. Das war ganz geil. Äh, Irreführung. Das hier will ich haben. Freischalten, Ausrüsten. Blenden der Schwarm. Freischalten. Und was haben wir hier unten noch? Konzentrieren sie eine... Gerichtete Energiewende und Gewaltsamme ausgekontakt hat. So hat sie das Ziel danach zu erschöpfen und sich bewegen zu können. Hammer! Hammer. Freischalten. Hab ich das jetzt auch? Das hab ich jetzt, oder? Komm, wir machen einfach alles. Ich meine, was soll der Geiz hier? Was soll das? Wir wollen alles haben. Ich überlege gar nicht mehr. Ich hab das Geld, ich benutze es. So. Ähm. So, guck mal. Da braucht man nicht mehr viel, ne? Eins, zwei, drei, vier. Vier Punkte noch, dann haben wir's. Und die restlichen Punkte können wir dann in andere Upgrades reinpacken. Missionstresor will ich noch nicht. Denn ich find ganz ehrlich, den Helm von unserem Recken, der sieht irgendwie nicht mehr schön aus. Das wirkt alles so unpersönlich. Und das wollen wir natürlich nicht. Dienstakte, da wollten wir nicht hier. Der Kleiderschrank, immer wichtig. Ähm. Waffen? Was denn das? Durmgewehr. Okay. Hä? Man of War. Das ist ja geil. Okay. Äh, nee. Aber wo ist denn jetzt das mit dem Helm? Eingabe, Hauptseite, X, Browser schließen. Galerie, Videos, nee. Das will ich nicht. Wo war denn das mit dem Helm? Sammlerstücke? Na gut, dann setzen wir einfach den Helm nochmal auf. Ich find's jetzt nicht. Unsere Base ist einfach zu groß. Okay. So, da bereit. Vier Minuten lang drumherum gesammelt. Aber jetzt geht es auf in die nächste Mission von Call of Duty Black Ops 3. Macht euch bereit auf eine extrem actionreiche Mission. So, wir nehmen natürlich unsere neue Waffe. Let's go. Hale, Immortals, ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsfeizes zeigen. Hendrix, hast du doch Kontakt? Kommen wir so an die Gurs ran? Ich kenne einen ihrer Datenhändler. Danny Lee. Wir wissen, Abastard. Aber gute Verbindung. Nutzt deinen Charme und bring uns rein. Sind wir drin? Kann Kane die Laufwerke aufspüren? Die 54 Immortals waren noch nie stärker. Singapur-Streitkräfte, CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jay Song? Jay Song? Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten Jay Song. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Coach Schwarz. Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey! Noch eine Runde für uns. Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen, hä? Ich weiß doch Bescheid. Über die üble Geschichte der Q-Zone. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor unseren Gästen! Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Q-Zone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SS-K uns im Stich ließ und die Mauer baute? Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja. Dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffenschmuggels. Ich weiß nicht, wer du bist, aber eins sage ich dir. Wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, Gush Yolan. Welche Überraschung? Ich wusste nicht, dass sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer sie gehört haben, das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen sie mir ihre Lügen. Sie und ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung. Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Okay. Wir sind bereit. Der Deal ist geplatzt. Plan B. Plan B. Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2. Ich dachte, du wärst mit deine liebe Freunde. Ja, das dachte ich auch. Tja. Alles klar. Die Freundschaft wehrt nicht lange. Denn der Krieg... Oh! Granate! Denn der Krieg herrscht an jeder Ecke hier in Call of Duty. Ich find das übrigens sehr geil, dass die Missionen hier relativ offen sind. Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das NIR-Requisitionskorps ist wohl in der Stadt. So, warte mal. Da gibt's eine fette Granate da hinten auf dem Deckel. Okay, sehr geil. Oh, ich glaub, ich hab gerade meine Gasgranate dahin gehauen. Naja. Hört sich komisch an, aber ist so. Die ziehen sich zurück. Irgendwie bin ich hier ziemlich weit vorgerückt. Leute, wo seid ihr? Die ziehen sich nicht zurück, sondern ich bin sehr weit drin. So, einmal Granate für alle. Und dann gucken wir mal da hoch. Jawoll. Zack. Oh, jetzt wieder abhauen. Zack. Voll auf die Schnauze gehauen. Deine fette Bazooka, die kannst du mal gepflegt da lassen. So, wir gucken nochmal da runter. Ah, da gibt's nur Granaten. Wer steht hier im Weg rum? Der Betonpfeiler. Den kann ich nicht mal anmotzen. Okay, ich wollte eigentlich V drücken, aber irgendwie... V ist keine gute Taste für Nahkampf. V. Ah, doch, eigentlich geht's. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Okay, hier drüben geht's lang. Was habt ihr für geile Namen? Sind das Platzhalter oder heißt ihr wirklich so? Tja, da ist der Deal auf einmal geplatzt, ne? Und schwuppsdiwupps. Hilfe, bitte! Okay, was brauchen wir hier? Voll den Schädel weggebratzt. So, Aktion, Tant... Äh, wie ging das nochmal alles? Ne, die Sicht will ich nicht. Rauchwand, verbesserte Übersteuerung, kurzzeitig, schnellere Bewegung. Das ist doch geil. Das nehmen wir mal. Das kannst du vergessen, hier auf meine Kollegen zu schießen. Also diese kleinen Superperks, die machen online natürlich extrem viel aus. Irgendwie ist das hier zu viel... Zu viel los, ne? Alter Latz, von allen Seiten und überall fliegen noch Granaten. Der Klassiker in Call of Duty. Die Granaten sind mein Ende. So, warte mal, die Granate gibt's aber gleich mal zurück. Jetzt fällt sie mir bestimmt hier wieder runter. Hallo. So. Ah, was macht denn er hier? Der bratzt einfach, das komplette Gebäude zerschrotzt, oder was? Meine Fresse. So. Die stehen hier schon wieder parat. Die Waffen behalten wir auf jeden Fall. So, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Wir brauchen das und dann drücke ich Q und dann geht hier voll die Action ab. Also sozusagen so. So, nochmal Blindgranate. Der kriegt auf den Sack. Zack. Und war doch nicht schlecht, oder? Der da oben wäre auch noch auf den Deckel geflogen. Und das war einer von mir. Hoppala. Wie kommt der eigentlich da hoch? Der hat doch gar kein Jetpack oder sowas. Steht doch kein Mensch. Oh, Granate! Oh, Fick dich! Was ist denn das für ein Rotz hier? Du kommst gerade hin und genau da liegt wieder eine Granate. Das hat gespeichert. Geht doch. Wir Schweinebacken da oben. Ständig dieses inflationären Granaten beschmeiße. Ich brauche der Schwimmigkeit. Hier komme ich nicht raus, oder was? Hier komme ich nicht durch. Granaten, 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 Granaten. Oh. Yes! In der Luft, weggefischt. Zack und aus. So. Das machen wir anders. Dann machen wir einen Jumping. Ich brauche den Doppelsprung. Warum habe ich den eigentlich nicht? So, schön durchgepratzt, aber dieses dämliche Geschütz hier. Braucht, glaube ich, mal auf den Sack. Ist doch überhaupt keiner. Oder vielleicht doch. Ich habe das Gefühl, das Geschütz lebt immer noch mehr, oder? Nee, jetzt. Nochmal gut. Hau da. Nochmal. So. Hier drinnen noch aufgeräumt. Fuck off! Okay. Einmal Geschwindigkeitsboost. Dann nehmen wir nochmal die Sicht. Wir räumen mal einfach mal auf hier. Da habe ich nicht irgendwie... Vier! War das nicht immer auf vier? Äh, hatte ich noch diesen Granatenwerfer. Irgendwie ist er weg. So. Kann man auch Munition bitte mitnehmen? Oder auch nicht. Man kann auch... Gepflegt seinen Arsch immer wieder... What's the hell? Ja. Ja, offene Spielwelt bei Call of Duty. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ne? Okay, jetzt kriegt Zusea auf den Sack. Komm jetzt, renne Junge! Da popelt der an seiner Hand rum. Also das mit dem Klettern funktioniert nicht so gut. Warum komme ich jetzt hier nicht hoch? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Er kann sich überall hochziehen, aber an dem Sack nicht. Ja, da muss endlich mal dran glauben, dieser Lappen-Johnny. Meine Fresse! Da kriegt man direkt wieder auf den Sack. So, jetzt behalten wir. Hauptsache Munition kriegen wir. Was? Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. So, zwei Granaten sind besser als eine. Yes! Was ist mit der anderen Granate? Waren da nicht zwei? Beide Wege hätten beim Pflanzenberg-Eingang. Alles klar, dann gehe ich auf jeden Fall links lang. Denn durch so einen engen Container durch, das klingt nicht gut. So, einmal mit Bande bitte spielen. Oh, zack. Ich bin mir nicht so sicher, ob meine kleine Puppel-Pistole hier wirklich die beste war. Auf jeden Fall das Geschwindigkeits-Upgrade. Das ist der Hammer. Hau doch! Meine Güte! Jetzt habe ich endlich mal raus, wo V ist auf dieser Tastatur. Da hämmer ich V und es passiert nichts. Ja, Gott. So, hier waren doch noch irgendwelche Fliegebiester. Tja. Was ist er denn? Alter Latz, ey. Man hat hier wirklich gar keine Ruhe. Was ich ziemlich... Ziemlich geil finde. Das war einfach nicht mehr. Überlegt mal, hier wäre wirklich Teambeschuss. Sie müssen die Mission neu starten. Wie es in der alten Call of Duties war. Ich glaube, ganz ehrlich, dann würde ich hier keinen Zentimeter weit kommen. So, Muni nehmen wir nochmal mit. Ich glaube, da kriege ich dann auch immer gleich noch Granaten. Und die brauche ich. So, einfach mal alle vier raus. Dann nehmen wir nochmal Muni mit. Nehmen wir nochmal Muni mit. Jawohl. Und die Granaten wieder aufgefüllt. So, wir gehen einfach mal hier oben lang. Ziemlich geil. Ziemlich geil. Schön offen. Trottel. So. Okay. Macht er hier. Okay, Johnny. Geschwindigkeits-Upgrade und weg. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und? Ist er eigentlich mal tot? Er ist weg, auf jeden Fall. So. Granaten wieder. Ne, wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ihr wollt da weitergehen. Hier drüben sind noch Gegner. Die fallen uns dann schön in den Rücken. Ist das ein Rollestuhl? Alles klar. Warum macht ihr eigentlich auf? Geil. Ah, dann Mech. Oh, hier sind ja noch andere. Ich dachte, es ist so Endboss-Zeit. Er alleine gegen uns. Okay. Und weiter geht's. Da läuft noch irgendwas anderes auf mich zu, habe ich das Gefühl. Ach, erzähl nicht. Ich brauche keinen Lappen. Hau ihn auf die Klappen. So. Schön Granaten raushauen. Und dann geht's da oben weiter. Ganz ehrlich, ist doch der Hammer mit den Granaten, oder? Einfach inflationär raushauen. So, du Trottel. Die werden es auch niemals lernen, dass ihre Füße nicht bedeckt sind. Ich weiß immer noch nicht genau, was es ist, aber wir schießen mal drauf. Was? Ich habe noch nicht mal gesehen, da ist der schon am Boden. Der Serverraum ist im obersten Stock. Wir müssen wohl nach oben. Aufteilen. Warum näher geht's her? Er fällt hier einfach aus dem Off. Alter Latz. Ich habe keinen Dunst, was das war. Ich weiß nicht, wie wir es besiegt haben, aber irgendwie ist es zusammengesackt. Das war dein Fehler. Ja. Bin mir nicht sicher, ob die Blendgranaten überhaupt was bringen. Was eigentlich auch erstaunlich ist, dass diese Robocops daneben schießen können, ne? Ich meine, die müssten ja eigentlich wirklich perfekt schießen. Ich glaube, die geben mir nun eine Chance. Warte mal, sowas mache ich lieber kaputt. Das ist alles, was was mich irgendwann später nochmal umbringen könnte. So, Trottel. Da war irgendwas Großes da oben, oder? Ah, nee, ganz im Gegenteil. Boah, irgendwas hat mich weggeschubst. Okay, einmal running, man. So, warte mal, wir haben noch eine Blendgranate. Die ist wurscht. Wir nehmen auf jeden Fall die richtigen Granaten mit. Hey, man. Schön um die Ecke gespielt. Komm, geh drauf, Junge. Yes, da sackt er zusammen. Okay, ey, das ist so schön actiongeladen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Call of Duty. Das hat sogar teilweise ein bisschen, äh, taktischen Anspruch. So, zwei, eins, Risiko. Yes. Dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat, wo man langläuft. The Call of Duty, ne? Viele Möglichkeiten. Man läuft ja trotzdem nur geradeaus. Und dann kommt meine Abzweigung. Aber es ist schon ziemlich geil. Äh, wie kommen wir jetzt da hoch? So viele Möglichkeiten, aber... Hendrix, was zur Hölle machst du? Dich kann jeder sehen, wenn der nur da steht. Das ist dumm, was du machst. So. Sehr gut. Keine Ahnung, was das war, aber es ist explodiert. Komm, geh hoch. Yes. Sputen? Sagt man das heutzutage überhaupt nicht? Ich muss dich sputen. Oh, irgendwo ballert wer. Da drüben, Scharfschützen. Tastenbelegung. Rennen und ducken ist doch... Rutschen. Wenn er nicht rutscht, wenn er sich dann noch auf die Granate drauflegt und die ausbrütet. Also dann ist halt irgendwie... Ich wollte euch nochmal zeigen, dass sie wirklich sputen. Infos auf den Datenträgern. Komm, da war noch mehr. So geile Grafik, hin und her. Ey, der schuppt mich hier, der Hendrix. Eben steht er wie der letzte Trottel am Fuße der Treppe. Fucker, was ist hier los? Warum werde ich von hinten beschossen? Das geht doch gar nicht. Das meine ich hier, ne? So geile Grafik und alles Hammer, aber du siehst die Gegner einfach nicht mehr vor der geilen Grafik. Neh mal mit. Geiler Auftritt. Wir haben einen Geist. Den Geist nicht angreifen, wenn es nicht sein muss. Wenn er dich erfasst, bist du geliefert. Solange du in der Bio-Gruppe bist, ist alles gut. Ich hab keine Ahnung, was ein Geist ist, aber wenn ich das Ding sehe, wird's zerstört. Egal. Gojulado, die Datenträger haben Priorität. War das der Geist? Ne, du hast jetzt einen Gegner gekillt, während ich da unten die ganze Armee ausschalte. Die hauen ab. Ne, die rennen ganz wild rum. Ich weiß nicht genau, was sie machen. Aber es ist sehr spektakulär. Die will ich durch. Hey, Hendrix, sehr gut. Mach'n der hin. Geiler Ausweich-Move. So, wir gucken einmal in die Waffenkiste. Nehmen uns natürlich gleich wieder schön Munition mit. Wow! Direkt aus der Wand geballert. Ach, wo sei der. Also so richtig durchdacht sind diese Drohnen auch nicht, oder? Das ist der Geist. Okay. Sie sind auf den Laufstegen unter uns. Okay. So. Speedy Gonzales-Mod. Oi! Da sind aber viele. Da hilft nur eins. Granaten-Spamming. Heilige Scheiße! Warte, da kommt noch eine Granate. Renn nicht rein. Sehr gut. Aber ich habe einen Hitmarker bekommen. Das heißt, da hinten ist noch einer. So, gibt's nochmal. Zack. 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 Jawohl. Einer mal. Yes. Warte mal, ich will mir nochmal Munition. CDP. Alles klar. CDP, MFG und HIJ. Ich drücke drauf und sag hin. Wir müssen sie ausschalten. Das ist gern komponiert. Okay. Okay. Kain, kein Zugriff auf die Konsole. Was jetzt? Ein Biometrie-Scanner. Scanne Ihre Hand. Benutzer authentifiziert. Warte auf zweiten Abdruck. Zweiter Abdruck? Was soll der Scheiß? Achtung! Verstärkung nähert sich eurer Position. Die Abdruck-Scanner müssen für beide Geschwister ausgelegt sein. Nicht wirklich. Keine Zeit, keine Option. Benutzer authentifiziert. Guten Tag, Muttergo. Bitte die Hand für zweiten Abdruck benutzen. Okay, Hendrix. Benutze die Konsole. Dein DNI muss als Leiter für den Transfer herhalten. Das heißt? Vertrau mir, ja? Wir müssen einen schnellen Upload durchführen und alles von den Datenträgern löschen. Genau wie wir es mit den Geheimstationen-Daten am Dock gemacht haben. Mach bloß mein Gehirn nicht kaputt, Kain. Ist klar. Aber vielleicht gefällt dir nicht, was du siehst. Hendrix, alles okay? Ihm geht's gut. Ihm geht's gut. Ich glaube, er hat gerade eine Kugel im Hirn, oder? Oh, er ist geschützt. Er war hinterher. Okay, der ist dicht, oder was? Okay, die kommen von oben. Granate nach oben. Ich hätte jetzt gedacht, dass die hier so ganz stil-echt, Call of Duty-stil-echt durch die Scheibe sprengen. Aber das kriegen die gar nicht hin, weil es Oberlappen sind. Dann zunehm ich mal die Granate da oben hin. Alter! Ist er durch? Oh, die sind gleich durch. Warte mal. Einmal blenden, bitte. Alter, ich seile auch gleich einen ab. Okay. Wo sei denn? Da haben wir welche. Da erwarten sie uns jetzt gar nicht. Okay. Ja, hier ist keiner mehr. Oh, ich muss ihn schützen, ne? Die Granaten kannst du mal schön bei dir behalten. So, den haben wir. Hier drüben war noch irgendwo wer, oder? So, eine Granate nach unten. Machen wir den mal nackig. Ich glaube, von hier außen haben wir vielleicht ein bisschen mehr... ...ein bisschen mehr Sicht auf die da oben. So, guck mal nochmal. Ne, da ist keiner mehr. Was? Das war dumm. Schön mich selbst geblendet. Haben wir noch Granaten? Ne. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay. Oh. Den Schuss habe ich gefressen. Komm. Da oben. Okay. Haben wir eigentlich mal alle. Immer noch nicht. Da oben war noch einer. Aua. Oh. Meine Güte. In der Zukunft ist auch alles mit dem Downloads so mega lahmhaarig. Ich höre da was. Alles kein Ende. Immer mit Bande spielen. Da drüben lang. Trottel. Okay. Granate, die man immer nicht reinrennt. Heilige Kacke. Also was ein bisschen nervt, dass ich den Speedy-Mod nicht anmachen kann und dann ganz schnell mal V drücken. So. Komm, Granate. Mach was an der Granate. Mach ich. Unser Fettsie. Download abgeschlossen. Evakuierung ist unterwegs. Na dann, behalt euch mal. Heilige Kacke. So, hier drüben. Gut gemacht. Und jetzt nichts wie weg da. Ich musste einfach mal schießen. Sehen wir uns im Unterschlupf an. Unterwegs zur Evakuierung. Eben in 15 Sekunden ab. Okay, warte mal. Dann hole ich mir nochmal Muni von unten. Wo war denn das? Nee, nicht einklicken. Ich will den Muni nochmal. Da. Bevor jetzt hier nochmal die letzte finale Schlacht für diese Mission eintritt, möchte ich natürlich nochmal. Alter. Mission fähig. Also. Das ist doch alles nicht mehr möglich hier, oder? Unterwegs zur Evakuierung. Eben in 15 Sekunden ab. Ah. Na gut. 15 Sekunden. Vielleicht haben sie mir doch gesagt, dass wir leicht unter Druck gesetzt werden. Warte, ich komme. Okay. Seile raus. Man wird so dermaßen durch diese Mission getrieben. Oh ja, komm. Lass uns durchbrechen. Durch die Scheibe. Nee? Nee? Wirklich nicht? Plan C. Plan C. Hey. Keine Evakuierung. Weiter mit Terziaprotokoll. Echo 3. Bestätigt. Weiter zur Markierung. 54 E-Doc. Ihr müsst eines ihrer Boote kapern. Weiter. Nichts wie raus, ihr verdammt. Never ending story. Sehr geil. So. Einmal ganz geil. Okay. Es wird im Hintergrund weiter geballert. Der Superbomb hinten hat Zugang zum Dock. Wo die sind. Jetzt nichts wie raus hier. Heilige Scheiße. Natürlich. Oh oh. Oh. Alles klar. Ich habe nachgeladen, wie die Gegner sterben. So muss das sein. Such dir einen Weg. Alter, ich suche mir einen Gegner, aber die sterben alle. Ich werde aus. Hendricks, geh rein. Die Überwachung meldet abseilende 54 E-Metellen unterstattung. Okay, ich sei auch mal einen ab. Achtung, festhalten. Es geht los. Ziemlich geil. Hey. Scheiße. Bist du wohl auf, hier abzuhauen? Ich hatte Gott. Wacht nie mehr auf. Scheiße. Hier liegen dort auch geballert, oder was? Beschuss ausweichen. Der Geist abliegen. Okay, Speedy-Mod. Und weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Warte. So schnell treffe ich den gar nicht. Sie versuchen, unseren Fluchtweg abzufackeln. Gibt es Optionen? Negativ. Das ist der einzige Weg zu den Docks. Beeilung. Komm. Hau alle. Granaden raus. Echt nicht. Mal sagen, die hat gesessen. Das Geile ist, wenn man eine Drohne trifft, dass die sich gegenseitig ausschalten. Die Technik hat wirklich Mücke. Oh. Double Kill. Und weg. Wie bekloppt ist das. Was macht der hier? Was macht der hier? Er fackelt alles ab, oder was? Scheiße. Heilige Kacke. Alter Latz. Alter Latz. Natürlich. Das muss ja sein. Oh. Pulitzer. Ist das so geplant? Drücke die Leerung auf und zähl zum Abschieb. Oh, nein. Das war. Und wie du uns hier rausholen musst. Ey, hier brennt und fackelt es an jeder Ecke. So, einmal Munition noch mitnehmen. Oh, natürlich. Es ist so der Hammer, ey. Ganz ehrlich. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, das Setting ist mir ein bisschen zu modern hier. Die Action-Einlagen sind wirklich sowas von extrem geil. Und dieses... Wow. Doch etwas offenere Level-Design gefällt mir sehr. Alles klar. Das ist ein LKW, würde ich schon sagen. Was ist das? So, was soll ich machen? Ach so, das Ding da. Ja, ja. Ist ja gut. So, darf ich auswählen, was ich machen will? Ne. Ich möchte aber eigentlich fahren. Sumpf. Sumpfboot. Ja. Wie denn nun? Ich kann nicht einsteigen. Ich will das Geschütz nicht. Ich will fahren. So. Und du? Okay. Dann ballern wir halt. Kein Problem. Du könntest auch das Geschütz nehmen. So als kleiner Tipp. Natürlich. Und wer brennt? Wir. Jawohl. Einfach mal irgendwo Inflation hereingeballert. Es muss alles explodieren. Ohne geht's nicht. Ein Auto, was seit Jahrzehnten dort steht und wahrscheinlich keinen Tropfen Benzin hat. Wenn ich drauf schieße, muss es explodieren. Logik Null. Hier einfach der Tonkoppel. Ja. Yes. Das Riesenrad. Genau so wollte ich das doch haben, das Riesenrad. Besser geht's doch nicht. So, mein Bester. Komm mal runter. Was sind das für Türme? Was transportieren die? Nach rechts. Blitz, links. Blitz, links. Blitz, nur dieses Scheißteil, Schmeier, Hendrix. Ich glaube, es geht nicht. Ja, möchte ich sehr gerne. Habe ich ja gesagt. Nicht Hendrix. Keine Ahnung, worauf ich schießen muss. Wahrscheinlich schaffen wir das auch, ohne dass ich es einmal geschossen habe. Oh, schieß. Jetzt will ich schießen. Diese Ruhe auf einmal. Diese absolute Ruhe, ne? Gerade explodiert da hinten alles. Und auf einmal. Hendrix, was hast du gesehen? Einen Scheißdreck. Habe ich gesehen. Eine Scheißdreck. Was möge das wohl bedeuten? ших. Was. Woh. Was. Du. .